So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Fluss Begradigung, zusammen mit mir und dem anderen und ja, das dauert jetzt hier noch ein bisschen, weil ich hier noch sehr viele, naja, Eimer Wasser den Randstein runtergießen muss, aber früher oder später bin ich damit auch fertig und dann haben wir hier ein schönes, formidables Flüsschen rumstehen, was fast gar nicht mehr gefriert und ja doch, das friert durch leider, aber leider war das mit dieser Strömung ja einfach nicht mehr spielbar. Und naja, ich muss die Performance halt so gut wie möglich halten, nachdem die Karte halt schon mal alles einfach zerstört, was wir am Performance jemals hätten haben können. Naja, folglich alles schön zugleistern, was wir hier an Löchern auch unten haben. Wie kriegen wir jetzt hier ein stehendes Gewässer hin, verdammte Axt? Wieso ist denn hier eigentlich noch Gefälle drin? Das stimmt doch gar nicht. Ich kann hier Wasser, einmal über Wasser einmal rein kippen und es wird einfach nicht besser. Also wieder Dinge, die ich nicht verstehe. Ah, schön, jetzt geht's. Jetzt ist schön ruhig hier. Dann nehmen wir uns noch ein Einbärchen hier. Wenn das zugefroren ist, freue ich mich richtig, weil dann, äh... Ah, da fließt es weiter, schön. Kann ich hier nämlich über das Eis laufen, das ist dann ein bisschen einfacher, als hier ständig immer aus der, aus der Quelle alles rausnehmen zu müssen. Problem ist nur hier an dem Lagerfeuer ist, äh, sowieso ein bisschen schlecht mit dem Einfrieren, weil das gibt halt so viel Wärme ab, dass damit Einfrieren erstmal nicht ist. So, da hat schon mal was gebracht. Ich glaube, die Quelle verschieben wir jetzt gerade mal ein bisschen. Ich hätte mir vielleicht vorher ein Einbärchen rausnehmen sollen, aber nur ja. Können wir auch hier drüben machen. Machen wir hier nämlich die nächste Quelle hin. Ich hoffe jetzt natürlich auch nicht wieder irgendwas, also ob ich irgendwas zerstört hätte hier. Also, ich bitte Sie, hallo! So, die Werkbank gehört übrigens mir, die nehme ich natürlich direkt wieder mit, damit ich mich nachher wieder wundern kann, wo kommt denn die Werkbank schon wieder her? Oder zwei Folgen weiter, vielmehr. Oder in der nächsten Session, wieso habe ich eigentlich schon wieder fünf Werkbänke in der Tasche? Nimm einmal mit Wasser, tu einmal mit Wasser dahin. Sofort gefroren, Instant Eis. Blink! So, warum haben wir hier jetzt so viel Strömung und so wenig stehendes Wasser? Ist das schon wieder so tief hier, dass wir, können wir da schon wieder Erde reinpacken? Und ja, können wir. Und sofort haben wir natürlich stehendes Wasser. Toll! Ein Träumchen. Das sollte eigentlich immer so funktionieren. Tut's nur leider nicht. So, den Eimer wieder genommen. Oh! Ist das Wasser jetzt gerade gefroren hier? Ich glaube, ich habe einen am Fuß. Da friert mir einfach mal eine Quelle zu. So ein Mist aber auch. Und es wird schon wieder dunkel. So ein Mist aber auch. Ach, da ist ein Block, der rumwubbelt. Ich frage mich die ganze Zeit so, was ist denn da? Was ist denn da los, meine lieben Freunde? Und da war es doch nur ein Erdblock, der ein bisschen Aufmerksamkeit von mir wollte. So freien darf man so, heb mich doch auf. Ich habe dir doch nichts getan. Hallo. Befreie mich. Das Blöde ist, dass ich schon wieder pennen gehen muss irgendwo. Und ich glaube, ich werde wieder das Bett von Lukas bevorzugen. Der hat nämlich so ein schönes, weiches. Mit Gold gefedertes. Diese Musik macht mich, glaube ich, ein bisschen doof. Ich glaube, daran liegt das. Daran und an nichts anderem. Auf keinen Fall an mir selber. Oder meiner natürlichen geistigen Inkontinenz. Auf ja, keinen Fall. Das Problem ist nur, wie kriegen wir jetzt gleich hier die gleiche Niveaustufe hin? Ich meine, wir haben noch viel, viel Erde, die wir hier irgendwie an Mann bringen können. Aber irgendwo hier ist dann ja auch mal Schicht im Schacht, ne? Wir können jetzt nicht einfach so ein Wall aufbauen, so ein Deich quasi. Nur damit wir da rüber laufen können über ein stehendes Gewässer. Was sowieso zugefroren ist. Wo es also auch keinen Sinn macht, irgendwie eine Brücke drüber zu bauen. Wie hier einfach gerade mal instant Gras gewachsen ist. Vor allem auf dem Block, wo vorher nie Gras gewesen ist. Hä? Wie geht denn das bitte? Da war kein Gras nebenbei und es wächst einfach sofort Gras drauf. Das hatte ich noch nie. Na ja, was sollt, was sollt. Erstmal ab ins Bettchen gehen, weil in der Nacht baut es sich so schlecht. Ich hab viel zu lange geschlafen. Der Kaffee ist schon kalt. Der ist ja ekelerregend. Es leckt irgendwie schon wieder. Er lag es vielleicht doch nicht an der Wiese. Äh, an der Wiese. Klar, an der Wiese. Warum leckt gegen der fließenden Wiese? Was tut es mit Wiesen eigentlich öfters? Ne, wir haben ja schon wieder richtig mächtig viel fließendes Wasser. Daran wird es liegen. Immer dieses blöde fließende Wasser. Ey, Mann, Mann, Mann. Wer tut denn sowas auch? Top, 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 top. Ich glaube, das wird es aber auch definitiv die letzte sein, wo wir hier so einen Schmand machen. Von wegen mit Fluss und so. Weil das ist ja, okay, auf Dauer ist das ja mal ganz schön so ein Ding anzulegen. Aber irgendwann... Das Ding baue ich glaube ich auch wieder zu. Weil ich kann hier nicht einfach so einen Schacht lassen. Wie sieht denn das aus? Ich meine, sieht man natürlich nicht, wenn ich den zu baue, aber trotzdem. Ich mag das nicht, wenn einfach irgendwo irgendwelche Stollen reingetrieben sind. Okay, irgendwo... In einer lohnenswerten Höhe macht Scrib meinen Sinn. Sieht zwar immer noch scheiße aus. Aber ist halt effektiv. Und solange ich da nicht ständig drauf stoße, auch in Ordnung. Also wie das hier jetzt schon wieder am rumruckeln ist, ist das auch schon wieder nicht schön. Ich glaube, ich muss da echt mal irgendwas machen. Ich weiß nur noch nicht was. Kann doch nicht sein, dass es wegen diesem Furz hier anfängt rumzuruckeln wie die Pest. Ich meine, vielleicht doch, aber... Habe ich jetzt nicht gemacht, oder? So, dann machen wir uns erstmal hier ein schönes Flussbett hin. Irgendwie, irgendwo. Es kommt von da hinten und muss auf diese Höhe. Und da drüben weiß der Geier, wie das da drüben weitergeht, weil da müssen wir ja irgendwann mal runter. Hier ist relativ leckfrei. Eigentlich könnte man da drüben... Ich gehe mal gerade... Genau, machen wir das mal so. Wir beenden jetzt gerade mal das Projektchen Flussbau. Das ist jetzt gerade mal... Ich möchte jetzt nicht gestorben sagen. Aber... Wir gehen mal hier rüber zur Melli. Da waren wir schon lange nicht mehr. Sind gerade in Folge 190. Das trifft sich gerade ganz gut. Dann können wir nämlich jetzt hier quasi gleich auch ein Aufnahmepäuschen machen. Wo wir gerade drei Fichtensetzlinge in der Tasche haben, werden wir die auch mal ganz schnell eben hier platzieren. Weil hier ist gerade eine relativ plane Fläche. Ohne Baums gefällt mir gar nicht. Apropos ohne Baums. Ich erinnere mich jetzt gerade wieder an die Anfangszeit, wo wir hier in diesem Biom gestartet haben mit der Kugel. Wo einfach mal nichts an Bäumen hier war und wir jetzt einfach mal maximalen Baumwuchs und Wälder haben. Wo Leute auf die Idee kommen, sich Baumhäuser zu zimmern. Mit denen war Schwert glaube ich das Beste. Ich habe keine Ahnung. Zwar lange genug Skyblock gespielt, aber irgendwie effektiv ist was anderes in dem Zusammenhang. Löhchen, da drüben haben wir noch ein Melönchen. Dann können wir nochmal das Feld ab... Habe ich jetzt gerade... Upsi, ich habe da gerade wieder ein bisschen was zerstört, Melli. Das tut mir jetzt echt leid. Ich weiß jetzt schon, wie ihr Feld gleich aussehen wird. Ach, die arme Frau. Naja. Selbst schuld, wenn sie sich so lange nicht blicken lässt. Nur weil sie jetzt einen Stecher hat. Hüste. Das ist keine Entschuldigung für, 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 weiß ich nicht. Sie hat ja wohl ständig zehnmal am Tag zu kommen, um mir Feld wieder anzupflanzen. Wenn schon irgendwas, dann das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das... Wie nennt sich das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte irgendwas mit Erfüllung sagen und Lebenszweck oder Ziel oder irgendwie sowas. Den Schneebellen braucht doch keiner. Ich pflanze mal nach. Ich bin mal so nett. Ich bin ja nicht immer Arschloch. Nur, naja, sagen wir vielleicht mal zu 99 Prozent der Zeit. Das heißt, ich habe gerade einen guten Tag. Auch wenn mir der Nacken wehtut, wie sonst was. Naja gut. Es war ja schon schlimmer. Es ist besser geworden. Deutlich sogar. Die letzten zwei Tage war es viel, viel schlimmer. Da konnte ich so gar nicht am Rechner sitzen. So. Pöpeln wir hier nochmal das Feld wieder zu Ende. Wir haben ja in zehn Minuten. Da müssen wir noch ein bisschen, ein kleines bisschen zumindest. Zum Glück sind es ja nur 15 Minuten Folgen und nicht 20 Minuten wie Long Dark oder... Was ist denn der für ein Lied? Kenn ich nicht. Wo gehörten die eigentlich hin? Wo hab ich da, hab ich die geklaut. Diese Rosen überall. Zum Glück sieht das auch gar nicht bescheuert aus oder so. Ein bisschen Erfahrung könnten wir jetzt eigentlich auch schon wieder gaunern, weil wir haben ja jetzt genug Weizen geerntet. Wobei, ne, dann sind das ja nachher wieder so viele Kühe. Ich geh, glaub ich, jetzt erstmal nach Hause und werd mal meine schönen gesammelten Sachen wieder einsortieren. Und danach vielleicht noch ein bisschen oben werkeln. Ich weiß es jetzt noch gar nicht. Da oben ist unsere stille Wolke noch. Ach, wer kennt sie noch? Damals. Ah. Einfach ein Traum. Muss ich direkt einen Screenshot von machen. Natürlich für den Suppennagel. Muss ich eigentlich ständig machen. Ich vergesse es einfach nur ganz gerne. Wer war das hier eigentlich nochmal gleich? Ach ja, Napalm. Ich erinnere mich. Habe ich ein Schild in der Tasche gerade? Ne, leider nicht. Aber der hat bestimmt selber irgendwo Schilder drin. Eisen, pflanzliches. Pflanzliches, natürlich. Kennst du ja? Enemy Dropshit. Mineralien, Bauzeug. Verzauberungszeug, Rüstungszeug, Holz, Werkzeug. Holz, nix drin, Werkzeug. Der hat auch nix Sinnvolles. Außer natürlich sein Esel vor der Haustür. Der ist natürlich besonders schick. Und sein ultra hästliches Zweitgebäude. Was auch immer das mit ihm werden sollte. Letztes Mal sind hier auf jeden Fall Sachen drin gespawren. Fand ich nicht ganz so geckig. Eher schon. Verstehe ich gar nicht. Hier steht einfach mal wieder so eine Werkbank rum. Jetzt nicht mehr. Wie ich jetzt schon wieder zwei Werkbanken in der Tasche habe. Aber ich weiß jetzt, wo diese beiden her sind. Also nicht, dass hier das gleiche wieder mit dem Bäcker losgeht. Ich wollte auch mal geguckt haben, wie es hier am Marktplatz aussieht. Nein, ich flute jetzt hier nicht irgendwie bei mir in der Hütte drin rum. Und vor allem muss ich daran denken, jetzt bevor ich diese Folge beende. Mein Gott, das liegt wie Hechtsuppe. Das ist unglaublich. Da ist immer noch ein Loch drin. Hatte ich nicht genau deswegen eigentlich einen Glasblock mitgenommen gehabt? Das ist jetzt gerade ein bisschen geheimnisvoll. Warum ist dieser Block weg? Wo habe ich den denn hingesetzt, verdammte Axt? Waren da zwei Löcher drin? Hm. Jetzt weiß ich glaube ich, wo der Block hin ist. Mann, das ist traurig, ist das. Darüber lacht man nicht. Ich bin halt ein alter Mann, ich kann nicht mehr so gut gucken. Ihr habt ein bisschen Verständnis für mich. Mann, und außerdem tut mir der Nacken weh. Und man wird ja hier auch nicht mehr massiert in diesem Haus. In diesem großen, einsamen Haus, wo ich so alleine drin wohne mit meinem Zen-Garten. Ist da jetzt das Loch, ja. Kann man hier durchfallen, ich glaube hier ist das Loch. So, schön. Ich habe keinen Plöck gehört. Hat er es wirklich gesetzt? Nicht, dass ich jetzt einen Disconnect habe oder so. Ne, hat er gesetzt, sehr schön. So, die Fressradien können wir jetzt beiseite räumen. Plöing, Platsch, Pling. Melönchen haben wir gekriegt. Das ist ja schönchen. Dann haben wir noch ein bisschen Esschen. Eier haben natürlich eine eigene Kiste. Die rappelvoll ist mittlerweile. Wir haben noch ein bisschen Saatgut. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen sehr viel sogar. Dinge kommen natürlich die Löwenmäulchen rein. Und natürlich die Schneebälle. Wobei wir die beiden Zeiten vielleicht auch dann mal wieder zu Schneeblöcken konvertieren sollten. Und daraus, keine Ahnung, ein Igloo bauen oder so. So Cassie-Style. Käse. Immer Käse. Den Sand tun wir da oben rein. Das läuft diesmal ganz gut mit dem Einsortieren, muss ich sagen. Wir haben gar nicht so viel Scheiße gesammelt wie sonst. Das ist ganz in Ordnung soweit. Das war jetzt natürlich die falsche Kiste. Das gehört da rein. Plöp, plöp. Plöp. Werkbank, wo tun wir die denn mal hin? Hm, ich glaube ich brauche einfach eine Werkbankreihe. Plöp, plöp. So. Da hat die verschiedene Seiten. Vielleicht vielleicht andere. Säge Hammer, Hammer Bügeleisen, Hammer Hobel. Ja gut, aber das reicht dann jetzt auch. Wir haben die Folge soweit voll gekriegt. Wir können hier oben eigentlich dann über die Lava Wasser machen. Macht zwar keinen Sinn, aber sieht bestimmt total kacke aus. Da haben wir noch Eisen fertig. Jo gut, ich sage dann einfach mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Minecraft. Und dann sind wir in den letzten zehn Folgen dieser Staffel. Ich danke fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, Däumchen nach hoch, falls es noch nicht passiert ist. Bis dennne. Dämchen für dich. Bitte pack, Däumchen nach. So.